Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück zu Das hier euer Ding am Start, in dem jetzt diese Schneise des Todes, den ersten Abschnitt auf jeden Fall überlebt. Mal gucken, wie der zweite Abschnitt jetzt aussieht. Oh mein Gott, es gibt einen fucking Safepoint, guys. Holy shit, und es gibt hier anscheinend auch irgendwo einen Händler. Alles klar, ich geh mal runter. Hallo? Das Ding ist, ich hab nicht so viel Geld, ich kann mir mal gerade ein Steak leisten. Das ist so ein Witz. Oh nein. Oh nein. Alter. So. Of course. oh ne oh lord Oh ne 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 ne, ich hab für euch echt keine Zeit, ihr seid mir echt ein bisschen zu stark, man Sie sind mir eindeutig zu powerful, also den Damage Output hab ich nicht, um die Effekte zu Scheiße Alter, wann bin ich so high an den HP geworden, ey, what the fuck Ja Hammer cool, wenn man jetzt auch mal so'n scheiß Angriff treffen würde, ey, Alter, Leute, Mann Was ist los mit dem scheiß Spiel, fickt euch Ey, ganz ehrlich, Mann Was soll das denn Was denn, erst mal so'n Überleg Achso, hier ist ein Gegner Alter Könnte nicht, der Spaß nicht erneut durch mich durchlaufen Haben Huh? Oh fuck Ich will da einfach nur hochgespassten Vielen Dank Wow Wir sind schon wieder ein Stück weitergekommen Was geht mit dir? Ich muss euch raten, hier oben ist ein Secret Wo ich nicht rankomme, weil ich kein Schlüssel habe What What the fuck Ach, eine Plattform Das fällt euch ja früh auf mit der Plattform Spast, nee Voll Ich bin da Ich hab das Ding Übelste Sorte rasiert Aber Übelste Sorte Ha? Achso I get it Von da wird geschossen Wir werden getroffen, natürlich Legit shit Ich seh die Plattform nicht Jetzt Dann seh ich sie doch Okay Alles Das Ding ist doch kaputzt Okay, dann müssen wir auseinandergenommen werden. Vielen Dank. Gehen wir ja immer weiter. Unseren Weg. Ach, Leute, Leute. Ihr scheiß Explosionsbälle, Mann. Ah, ich habe einen Schlüssel bekommen. Finally. Ah, da sollte ich nicht hin, Alter. Das war der falsche Weg. Das war der falsche Weg. Wir haben Gilly, they are mit Rowlin, once we are through their line. General Gaius will be within sight. No matter what happens, my brother. Ah, J-Bone. So epic. Ah, das sieht echt episch aus, Alter. Oder diese abgefuckten... Keine Ahnung, was das sein soll, runterzuholen vom Himmel. Ja, die Dinger. Nichts machen, keine Chance. Ach, schon wieder hier. Oh mein Gott, jetzt muss ich das Ding noch mal kaputt machen. Oh, die Aids. Ich dachte, einmal reicht. Aber nein, noch einmal. Ah, da muss ich das Ding noch mal fetzen. Ah nein, erstmal gehen wir da rüber. Ah nein, das wollte ich doch gar nicht. Aber ich kann ja eigentlich auch durch, ne? Weil die kommen ja dann sowieso, die Spasten. Ah, Alter. Mal gucken, ob sie kommen. Auch wenn ich das Ding nicht kaputt gemacht habe. Würde mich jetzt interessieren, Alter. Ja, tatsächlich, die kommen auch so. Okay, scheiß drauf, ey. Erstmal gehen wir... Machen wir schon hier einen Punkt für Fidget rein. Fidget so viel Damage machen, ey. Fidget so ein harter Typ ist. Ah, die Hunde gehen mir auf den Sack, ey. Mal so viel Damage. Boom, getrackt. So, könnte ich jetzt mal hier... Oh, ich verpasst. , so ... So. 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 Ein Pullover-Bauplan, Alter. Ich könnte kotzen, was ist das für eine Scheiße hier, Mann? Gib mir ein Pullover. Alter, wir haben noch so weit zu laufen. Und wir kriegen die Wichser einfach nicht tot. Und die töten mich gleich wieder. Absolutely fucking not. Let's go. Ohne witzig, dachte das ist das coolste Gebiet und das Schneegebiet wäre das behindertste gewesen, aber clearly, das ist, ich glaube ich habe noch nie ein schlimmeres Level gespielt als dieses und ich glaube es hat mich auch noch kein Sidescroller so hart abgefuckt wie dieser, also das ist echt der Hammer, da bist du nur am Ragen ey, oh so, ich habe den Ball aufgefuckt Fidget Yay, Fidget, ein Stein für Fidget, well done Oh, ich bin irgendwie durchgekommen Geil Voll durchgebugt, GG Replay Hallo? Hallo, könnte ich bitte das eine machen? Mein Move? Hallo? Mein Move! Mein Move! Mein Drehen, ihr Spasten Es ging nicht, es ging nicht, er hat es nicht gemacht Ich wäre da locker nochmal durchgekommen Oh, fuck Ich wäre da locker nochmal durchgekommen mit dem Bug Alter, halt's Maul, ey Lass mich da hoch jetzt Komm, ich schaff das jetzt Blub, 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 blub Blub, 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 blub Blub, blub, blub Ah, Alter Ich wusste nicht, dass sie schon hier vorne sind Ich wusste, dass sie hier sind Aber ich wusste nicht, dass sie so hier vorne sind So, jetzt sind wir hier, jetzt laufen wir hier Hier, 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 hier Hier, 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 hier Jetzt sagen wir hier Hallo Okay, jetzt sagt er uns, dass der mit uns sterben will Dann sagen wir okay Na klar, jetzt werden wir mal dick getroffen Ich hab grad echt kein Glück, Alter Wo ist der Spast, Alter Genau den suche ich, Mann Ich kann ihn, ich komm da nicht hoch Jetzt, und er trifft mich trotzdem Oh, ich will hier sterben, Alter Ich hab einfach keinen Bock mehr Ich muss über ihn, Mann Oh, ich dachte, ich komm da jetzt hoch, Mann Ich dachte, ich komm da jetzt hoch, Mann Ja, aber hätte gebrochen Durch meinen eigenen Skill Schaff, Alter Ich bin, einfach wieder untergefallen Also, WIDEFUCK NOT Ich bin, einfach wieder untergefallen Aaaaaahhhh 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 Aaaaaah , da oben ist noch einer. Das kann nicht wahr sein! Ah, tötet mich da einfach, ist mir scheißegal jetzt auch Folge ist hier vorbei Okay meine lieben Pelikane, wir haben das Ding jetzt gezwiebelt Ich will jetzt hier rumstehen und warten bis ich wieder bei voll HP bin Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal